Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 465 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017